Ah, da ist noch genug Platz Das ist echt scheiß, dass man hier mal runter fällt und stirbt Ach, dann mach ich das halt so Und Von hier aus die Leute treffen Das hat geklappt Aber alles andere nicht Geh los Nicht zu mir, nicht zu mir Mann Du hast die Den Befehl erhalten zu sterben So Scheiße, wo bin ich denn gelandet? Ich glaube das ist nicht so gut Und Leben So, zack, zack 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 Und Zack Und zack Da hauten lauter Barneys hin da oben Außer Betrieb Scheiße Losen wir über die Giftgase Und Hierüber Viertes Spiel Und durchgespielt mit Cheats Aber auch vielleicht So stark sind wir, wir können mit unserer Waffe Gegner in Luft auflösen Ist das nicht geil Ich glaube so einer Ich spreche ich mal in die Luft so Sagen wir mal, ist das die Gearbox Wo wir hier jetzt sind Was bringt das jetzt? Müll ist der Trennung Müll ist der Trennung Interessant Was soll das jetzt bringen? Ich habe kurz eine Zeit Entstrahlung berührt Ah, wir können hier runter Gehen wir auch mal runter Verdammt, das ist Wasser, ne? Aber zum Glück Wasser hilft mir nicht gerade viel Die hilft mir nicht da unten Ich denke mal das die hilft Lass mal weiter so Und springen Ist nicht wahr, ich muss das jetzt kaputt machen Muss ich das fluten? Das nennt man Außerirdische Kooperation Erst kriegt er Elektroschocks verpasst Und dann anschließend eine Spure Ins Maul gestopft Das ist doch geil, das ist doch was Outtake Intake Auslass in Auslass Einlass Ach ne Muss ich die Puppensteuerung jetzt anschalten Nur weil jetzt Ach, dann bin ich ja an dem Trinken Also laufen wir Ja, ich hatte recht Wir steigen jetzt Aber jetzt Das ist doch ganz nah Ach, das ist doch ein bisschen Der Fisch 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 Ja, wir sind oben angekommen, das steigt auch nicht mehr höher, jetzt sollen wir waschig hoch nochmal. Waschig hier hoch auch noch? Scheiße, der falsche Wegknapp. Ui, hier sind wir, das dürfte besser sein, jetzt dürfen wir hier wieder hoch, dann kommen wir haben doch einiges geschafft jetzt, um das Ding zu vernichten. Geh jetzt hier entlang. Warte doch. So. Ah, Gearbox. Gearbox wurde angestellt. Aua, das ist doch so nicht Köln. Geil, der hat mich geköpft. Geil, der hat mein Hirn zum Schmelzen gebracht. Mann, ich bin, ich bin gelähmt und sack. Okay. Oh, helle. So. Fasst nicht aus, halt. Blut an der Hände. Ey, leben da jetzt. So. Oh. Lass es, lass es. Ich habe so viel Leben, so schön. Ja, super. Ist das nicht klasse. Ey, 70 Leben, ey. Wie weit sind wir gekommen? Ich glaube, wir sind bald am Ende. Okay, der hat jetzt halt den Schatten. Oh, shit. Sag nicht, dass er hinten soll, wer hin. Das Teamventil. Dann kann ich aber jetzt rüber, oder? Boah. Heiß. Aua. Heilt. Kalt. Dings. Der candy. Er weiß. Sie können vor allem sein. Hör! 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 sauber, sauber, ich stepp schau, sei, wäre ich doch nochmal da geblieben so, wir können das Ding tun ich bin ja begeistert ja, wir können ein bisschen nach ja, komm, mehr, ich brauche mehr ja, okay, das mache ich offscreen die paar so, da bin ich wieder so, dann kann ich den wieder hoch ach ja, da war ja eine Brückensteuerung, kann das sein? wir sind gut wir sind so gut, dass wir die eine Folge bestanden haben und zwar mit mehreren Toten ich gehe nochmal schnell hier rüber und ich denke mal, hier ist eine Ladezone und dann mache ich jetzt mal Schluss für den Moment aber ich muss sagen, wir sind wirklich weit gekommen ich werde nochmal kurz die Waffen nachladen Upsa, das war Escape äh, nach da hm so wir haben hier doch ein richtiges Inventar jetzt wieder jo das war die Folge Nummer 4, habe ich gesagt 4 oder 6 ich glaube 4 war das ja und wahrscheinlich starte ich heute noch Folge 5 also bis zur nächsten Folge Let's Play Half-Life Opposing Force auf schwer bis dann bis dann Wir haben hier eine Folge